Hallo und herzlich willkommen zu den Tutorials der DHBW Stuttgart Bibliothek. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie die Leihfrist von Ihren Büchern verlängern können. Sie können viermal jeweils vier Wochen verlängern, also Sie können die Bücher relativ lange zu Hause behalten. Sie können allerdings erst in der letzten Ausleihwoche verlängern. Sie bekommen ja von uns eine E-Mail, drei Tage bevor Sie die Bücher wiederbringen müssen. Und genau da können Sie auch die Bücher dann verlängern. Also einfach auf die E-Mail warten und dann verlängern. So, ich zeige Ihnen ganz kurz, wie das geht. Ich bin jetzt auf der DHBW Stuttgart Seite. Unter Service finden Sie hier die Bibliothek. Da brauchen wir den Bibliothekskatalog. Und jetzt müssen Sie sich hier oben in Ihr Konto einloggen. Ausweisnummer ist die Nummer unter dem Barcode auf der Rückseite von Ihrem Studiausweis. Das Passwort ist Ihr Geburtsdatum komplett ausgeschrieben, auch mit Punkten dazwischen. So sieht jetzt ein Bibliothekskonto aus. Ich habe jetzt hier drei Ausleihen, also drei Bücher zu Hause. Und hier kann ich eben alle verlängern. Das war es auch schon für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.